Hallo ihr Lieben, mein Name ist Thorsten Hadis und ich habe heute mal ein Video für euch gemacht, was sich an Menschen richtet, die gewaltfreie Kommunikation weitergeben. Und das sind Literaturhinweise, die es gibt. Ich versuche mal so einen umfassenden Einblick in die Literatur zu geben zu GFK-Trainingsmethoden und Tools. Und ich richte mich dabei an das gesamte Spektrum, egal ob ihr Teil einer Übungsgruppe seid und auf der Suche nach Übungen seid, bis hin zum GFK-Trainer, der schon seit vielen Jahren mit dabei ist. Vielleicht ist auch für den das ein oder andere Neue noch mit dabei. Chronologisch werde ich mich so ein bisschen vorarbeiten, also die Sachen, die so für die frühe Phase vom Teilen von GFK in Trainings- und Coachingsituationen anfängt, dann hinten bis zum Profimaterial. Dementsprechend anfangen möchte ich mit einem Buch, was entstanden ist, was sehr früh auch schon entstanden ist, das 13-Wochen-Übungsprogramm zur gewaltfreien Kommunikation. Das ist im Grunde genommen gemeinsam mit dem Buch von Marshall Rosenberg schon entstanden. Die Dusiloi, die an Marshalls Buch ja auch mitgearbeitet hat, hat das auf die Beine gestellt. Und das ist ein ganz wunderbares Buch dazu, die gewaltfreie Kommunikation in der Übungsgruppe auch gegebenenfalls ohne Anleitung zu üben und zu lernen, kennenzulernen. Also ich weiß, dass rund um den Globus und auch hier in Deutschland teilweise in Übungsgruppen dieses Buch gemeinsam mit dem GFK-Buch von Marshall genutzt wird, um quasi wie so eine Art Selbststudium in der Gruppe teilweise auch einzelne Menschen, die sich darüber im Selbststudium die gewaltfreie Kommunikation nahebringen, sofern das halt möglich ist in dem Kontext. Und da gibt es halt jede Menge Übungen, die ich mit mir selber machen kann zum einen Mal und jede Menge Übungen, die ich mit einer Gruppe machen kann, immer orientiert auch an den Kapiteln, die es in Marshalls Buch gibt. Ein ähnliches Buch gibt es auch von der Ingrid Holler. Das habe ich jetzt gerade im Moment leider nicht hier. Geht in eine ähnliche Richtung. Den Unterschied würde ich ein Stück weit darin sehen, sind natürlich andere Übungen drin. Und den Unterschied würde ich daran sehen, dass bei der Ingrid im Buch vielleicht der Schwerpunkt ein Stück weit mehr auf den Übungen liegt, die ich auf mir selber liegen kann. Und in dem Buch von der Lucy der Schwerpunkt ein Stück weit mehr auf den Übungen, die wir gemeinsam als Gruppe machen können. Trotzdem sind in beiden Büchern beides drin. Meine Empfehlung wäre, einfach wenn ihr eine Gruppe seid, holt euch beide Bücher und schaut, was für euch dann eben entsprechend am passendsten ist. Als nächstes möchte ich euch hier eins meiner Lieblingsbücher vorstellen, eins meiner Lieblingsmethodenbücher zur gewaltfreien Kommunikation, das große Praxisbuch zum wertschätzenden Miteinander. Und die beiden Kolleginnen, Traut Kauschert und Birgit Schulze, haben hier für mich was besonders Wunderbares für mich persönlich geschaffen. Nämlich, wenn ich hier mal so eine Seite aufschlage, dann haben sie diese über 100 Übungen, die hier drin sind, ganz wunderbar auf den Punkt gebracht. Also wenn wir uns das angucken, hier auf einer Seite mit relativ wenigen Worten sind die Übungen sehr, sehr verständlich erklärt. Und wer auch immer schon mal versucht hat, anderen eine Übung irgendwie schriftlich mitzuteilen, der weiß, wie schwierig das ist, wenn man so eine Übung mal erlebt hat, dann ist das kein Problem, dann kann man das ratzfatz nachmachen als Trainer. Aber aus einem Buch heraus eine Übung zu verstehen und das so auf den Punkt zu bringen, dass man nicht Seiten lesen muss und dann immer noch nicht versteht, wie es geht, das ist nicht so schön. Und das haben die beiden hier ganz, ganz wunderbar geschafft. Darüber kann man sich sehr, sehr schnell einen Überblick machen über Klassiker-Methoden, würde ich das nennen, aber auch einige neue, die dabei sind. Also das ist was, um sich so einen Methodengrundstock anzueignen, finde ich das hier ein ganz, ganz wunderbares Buch. Ein bisschen für Fortgeschrittene sind die Übungen, die hier im Buch Tanz auf dem Vulkan beschrieben sind. Eine meiner Lieblingskolleginnen, im Sinne von der habe ich unheimlich viel gelernt, ist die Monika Oboth, GFK-Trainerin hier aus dem Rheinland. Und die hat eben diese roten Tuchübungen, also zu jedem Buch gibt es so ein rotes Tuch, kann man sich auch selber noch mehr organisieren. Die hat die roten Tuchübungen entwickelt, die für mich neben den Tanzparketten meine absoluten Lieblings-Bodenankerübungen sind. Die Tanzparkette kennt ihr ja, die vier Schritte, das hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwo im Seminar erlebt. Und das hier zum Thema Ärger, sind das hier nochmal ganz, ganz wunderbar ergänzende Aktivitäten. Meiner Erfahrung nach bringen die unheimlich viel Lebendigkeit ins Seminar. Die Teilnehmer haben richtig, richtig Spaß, kommen teilweise auch echt an tiefe Themen in einer kurzen Zeit eben über diesen Körper, also man bewegt sich ja eben entsprechend dabei, über den körperbetonten Ansatz möchte ich das mal nennen. Und das ist hier wunderbar vom L. Weckert nochmal auf den Punkt gebracht worden, diese Aktivitäten, plus nochmal ein Vorlauf, nochmal Informationen zum Thema Umgang mit Ärger, so ein bisschen Hintergrund, der da beschrieben ist. Also für diejenigen, die schon vielleicht ein bisschen länger mit gewaltfreier Kommunikation unterwegs sind und das schon ein bisschen länger teilen, ist das hier eine ganz wunderbare Ergänzung, gerade eben auch zu dem Thema Umgang mit starken Emotionen und mit Ärger. Meine Kollegin Bridget Belgrave und die Gina Laurie, auch die beiden aus England, haben die Tanzparkette erfunden, sag ich mal. Die sind auf die Idee gekommen, dass man mit den Bodenankerkarten, die alle von uns, alle die es sehen vermutlich zumindest, schon mal erlebt haben und genießen durften. Und dazu gibt es ein Manual, ein Handbuch, wenn du so willst. Und das Tolle an dem Handbuch, ich schlage jetzt hier mal gerade ein Tanzparkett auf, ist, dass hier die Tanzparkette eben beschrieben sind. Es gibt insgesamt neun Tanzparkette, die meisten kennen die klassisch die vier Schritte. Und hier sind auch nochmal die anderen Tanzparkette im Detail beschrieben. Das Besondere für mich, als ich das Buch durchgearbeitet habe, das erste Mal war, anhand der Beschreibungen und der zusätzlichen vertiefenden Informationen, war es mir möglich, die Tanzparkette umzusetzen. Das hat mir nochmal ein deutlich breiteres Methodenrepertoire gegeben. Und auch nochmal tiefer da reinzugehen, was nochmal so Details angeht. Also wer noch nicht so viel mit GfK-Tanzparketten arbeitet, ich habe damals auch vorher nicht so viel damit gearbeitet, mich hat das sehr begeistert und das Manual liefert einen ganz wunderbaren Überblick. Das ist auch nicht so dick. Also auch hier wieder reduziert aufs Maximum die Information, wirklich geballtes Wissen in kurzer Zeit und ganz tolle Methoden. Ich bin total begeistert. Mittlerweile, wie gesagt, ich war früher gar nicht so ein Fan davon. Und je mehr ich mich da reingearbeitet habe, unter anderem hierüber, desto größerer Fan bin ich geworden. Und was die beiden auch noch gemacht haben, Bridget sieht man auch in den Videos, sind DVDs, auf denen die Tanzparkette erklärt werden. Also das sind Trainings-DVDs für Trainer oder Multiplikatoren, GfK-Multiplikatoren, die die Tanzparkette nutzen wollen. Also ihr seht hier den Ärgertanz, den 13-Schritte-Tanz und den Selbstempathietanz. Die drei haben sie in den Videos wirklich absolut professionell aufgearbeitet. Und das Besondere, hier werden die nicht nur vorgestellt, sondern hier werden auch Demos präsentiert. Also Menschen, Bridget hat in dem Fall Menschen durch das Tanzparkett begleitet und nachher nochmal in der Auswertung nochmal wirklich ganz wunderbar darauf hingewiesen, wo die Stolperfallen sind bei den Tanzparketten. Das hat mir persönlich auch nochmal nach Jahren, wo ich schon damit arbeite, nochmal wirklich, wirklich weitergeholfen. Und die sind auch so angelegt, die Videos, dass Menschen, die wenig Trainingserfahrung haben, nachdem sie die Videos gesehen haben, verstehen, wie die Tanzparkette funktionieren und die Tanzparkette dann auch in ihren Gruppen, wo auch immer sie es teilen wollen, wirklich anwenden können. Zumindest ausprobieren und lernen können. Das war auch Teil des Ziels der DVD-Produktion, dass die Menschen auch ohne großartige, teure Seminare verstehen, wie die Tanzparkette funktionieren und sie anwenden können. Also das lege ich euch auch nochmal ganz besonders ans Herz. Da habt selbst ich nochmal viel draus gelernt. Jetzt kommen noch zwei Highlights aus Amerika. Zum einen mal das NVC-Toolkit für, oder 4 Facilitators. Und das ist was, wo ich sage, ihr seht, wie dick das entsprechend ist, was mich persönlich sehr begeistert hat und wo ich nochmal viele, viele, viele Methoden eben rausziehen konnte. Entstanden aus dem Freedom Project, was sich damit beschäftigt, wie gewaltfreie Kommunikation in Gefängnissen, auch genutzt und verbreitet werden kann. Haben die drei Damen, die das zusammengestellt haben, hier wirklich ein ganz tolles Methodenrepertoire zusammengestellt und stellen das eben entsprechend anhand der Schlüsselkonzepte vor. Es gibt immer eine kurze Einführung in das Schlüsselkonzept und danach ganz wunderbare Übungen dazu. Zusätzlich findet ihr online, wie gesagt, leider nur in Englisch, aber ihr findet online auch nochmal eine Menge Materialien, die ihr gleich ausdrucken könnt. Das heißt, ihr braucht nicht alles hier rauszukopieren, sondern könnt noch zusätzlich eine Menge Material online finden. Was ihr gleich über den Drucker schicken könnt und nutzen könnt. Und zusätzlich eben auch noch die Videos. Das fand ich auch nochmal ganz erhellend. Teilweise, wenn Aktivitäten ein bisschen komplexer sind, dann macht es Sinn, wenn man das mal sieht, wie das angeleitet wird und wie so eine Aktivität funktioniert. Und dazu gibt es auch im Online-Bereich zum Toolkit einige spannende Sachen. Also zum Beispiel sowas wie das GfK-Poker, die GfK-Poker-Aktivität. Das musste ich mir auch nochmal angucken. Großartige Aktivität. Also dazu, wenn es um neue, coole Spiele geht, empfehle ich euch hier das GfK-Toolkit. Also vieles habe ich auch in Deutschland bei den Kollegen noch nie gesehen. Mein absolutes Highlight kommt jetzt zum Abschluss, der krönende Abschluss und zwar das GfK-Manual. Es ist Manual, sagt es ja schon, es ist als Handbuch angelegt und für mich das umfassendste Werk. Also da geht es tatsächlich, geht es los davon, wie baut man eigentlich ein GfK-Seminar auf. Jede Menge Aktivitäten gibt es dazu, Energizer, Handouts, alle möglichen Materialien, Geschichten, die man als Rememberings, Marshall hat ja oft am Anfang vom Seminar nochmal so einen Augenblick genommen, um sich nochmal im Moment zu zentrieren und nochmal sich mit der Absicht zu verbinden, was uns eigentlich wichtig ist. Und da findet ihr jede Menge Geschichten und so weiter und so fort drin, die dazu auch ganz wunderbar geeignet sind. Wie gesagt, auch hier alles auf Englisch lohnt sich meiner Meinung nach. Also für diejenigen, die der englischen Sprache mächtig sind, lohnt es sich absolut, ist für mich ein absolutes Muss, das im Portfolio zu haben. Auch hier, wenn wir uns die einzelnen Aktivitäten, ich bin jetzt hier mal in eine Reihen gesprungen, angucken, die beiden Autorinnen schaffen es auch hier, die Aktivitäten auf einer Seite mit ganz wenigen Worten zu beschreiben. Also so eine ganz, ganz hohe Kunst. Ich habe Jahre gebraucht und ich mache viele Übungsgruppen, um die ganzen Aktivitäten überhaupt alle mal auszuprobieren. Hier sind so viele, hier ist so viel Material drin, so viel, was richtig, richtig Spaß macht. Also das ist wirklich ein ganz fantastisches Handout. Hier habe ich jetzt mal gerade aufgeschlagen, hier gibt es auch nochmal Vorschläge für andere Bodenankerübungen, nochmal ergänzende zu denen, die Bridget und Gina erfunden haben, Arbeitsblätter und so weiter und so fort. Also ein ganz fantastisches, ganz fantastisches Werk, was ich euch wirklich, wirklich ans Herz legen möchte. Und das ist auch für alle Könner und Kennerstufen gedacht, also wirklich vom Einsteiger bis zum Profi. Bevor wir, oder bevor ich das Video beende, möchte ich euch noch darauf hinweisen, es gibt noch eine Online-Ressource. Ihr findet im Netz, wenn ihr GFK-Tools oder GFK-Spiele googelt, etliche Seiten, wo auch Spiele beschrieben sind. Und unter anderem auf der Seite www.trainer-kongress-gfk findet ihr ein Methoden-E-Book, was ich zusammengestellt habe. Da sind meine Lieblingsmethoden drin, das ist gratis. Wenn ihr euch dort in den Newsletter eintragt, kriegt ihr das automatisch zugeschickt. Schaut mal, da ist mit Sicherheit auch noch das ein oder andere Neue mit dabei, was ich bzw. wir in unserem Umfeld hier entwickelt haben, gemeinsam. Und ich freue mich von euch zu hören, wenn ihr sagt, hey, das hat mir gut gefallen, ich habe Erfahrung mit dem ein oder anderen Buch, ich würde das auch nochmal weiterempfehlen. Oder vielleicht gibt es auch etwas, was ich vergessen habe hier im Seminar, ich freue mich auf jeden Fall über euer Feedback. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir hier unter das Video eine Nachricht hinterlassen oder ihr schreibt mir unter th-at-bs-communication.info. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Ausprobieren, viel Spaß vor allen Dingen mit euren Gruppen und bis bald.